Ran, tief und hoch. Atmen durch die Nase ein und mit jeder Ausatmung versucht ihr ein Stückchen tiefer zu. Hey Leute, mein Name ist Daniel. Wir haben vier Intervallübungen vor uns. Also einiges zu tun, deswegen legen wir auch direkt los mit dem Warm-up. Wir starten erstmal ganz entspannt. Kopf kreisen, von der einen Schulter zur anderen. Ein bisschen locker werden. Und die Schultern zurück kreisen. Ellbogen mitnehmen. Gelenkflüssigkeit aktivieren. Und das Becken kreisen. Schön große Kreise machen. Richtung Wechsel. Und wir gehen zu den Knien über. Auch hier Richtung Wechsel. Beine lockern, Handgelenke kreisen. Und zum Beat. Versuch direkt im Beat zu sein. Spürt die Musik. Vor Kreisen. Richtung Wechsel. Und locker laufen. Übeln. Achtung. Kick vor. Kick. Und Knie hoch. Ellbogen zum Knie. Und locker laufen, Handgelenke kreisen, Ellbogen, Richtung wechseln, locker ausschütteln. Wir starten direkt mit der ersten Übung, als erstes gehen wir in den Squat, Achtet drauf, Rücken ist gerade, Knie in Verlängerung zwischen Fußspitzen, Basic Step Squat, wir starten, rechtes Bein geht zur Seite, Arme öffnen, zurück in den Squat, das gleiche zur anderen Seite, Step, T, Step, T. Einmal noch und halten, wir bouncen, ganz locker, von der einen Seite zur anderen. Und kommt nach vorne, in die Plank, Achtet immer drauf, Schulter über Handgelenk und kreisen. Richtung wechseln. Komm, nochmal zurück, vor, aufrecht, hoch, tief, Pendeln, Back, Back, Off, Tap, 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 Tap. Und wir kreisen. Und dreht euch nochmal selber, Schulter über den Handgelenken. Und wir kommen noch einmal zurück. Rücken ist gerade, aufrichten. Einmal lockern. So, wir machen jetzt einen Power-Move zusammen. Wir starten, gehen in die Plank, Achtet wieder drauf, Schulter über Handgelenk. Rechts Bein geht zur Seite, links ran. Erfahrt, zurück, zurück. Andere Seite. Step, ran, back, back, off. Step, ran, back, back. Noch einmal und wir halten vorne. Hier, desto mehr Gewicht ihr auf das hintere Bein geht, desto einfacher wird der Push-Up. Okay? Dass so weiter ihr nach vorne geht, desto schwerer wird der Push-Up. Die Push-Ups gehen immer eng. Ab, okay? Weg, back, off. Step, ran, tief und hoch. Weg, back, on, step, ran, tief und hoch. Sehr schön. Wenn ihr nicht ganz runterkommt, gar kein Problem. Geht ihr nur so tief, wie ihr kommt. Okay? Und nach vorne kommt. Lockern. Einmal die Handgelenke lockern. So, wir gehen noch einmal in den Squat. Happy Feet. Wir gehen auf die Ferse und hier auf die Spitze. Mitte. Tap, tief. Tap, tief. Tap, tief. Tap, tief. Tap. Sehr gut. Arme mitnehmen. Tap, 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 tap. So, jetzt mit kleinem Sprung. Tap, tief. Tap, tief. Tap, tief. Tap, tief. Tap, tief. Sehr gut. Und locker. Dazu gleich mehr in der Intervall-Übung. So, unsere letzte Übung. Wir kommen nochmal nach vorne. Achtet drauf. Schulter über Handgelenk. Und die Füße. 90 Grad in den Beinen. Okay? Salsa love. Rechtes Bein. Geht zur Seite. Becken dreht mit. Anderes Bein unten drunter. Step, 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 step. Sehr schön. Wer möchte, geht einen Arm zur Schulter. Das passiert schon fast ganz natürlich. Step, 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 step. Step, sehr gut. So, einmal lockern. Halten. Gewicht vor und zurück verlagern. Und zurückkommen in den Squat. Einmal lockern. Sehr gut. Einmal Ellbogen zusammen. Und wir gehen links. Im Beat bleiben. Tuck. Vor und zurück. Kreisen. Richtung wechseln. Und lockern. Sehr gut. Wir gehen noch einmal in den Squat. Hände setzen auf. Wir springen. Zurück. Wieder vor. Auf. Tief. Birben. Ran. Auf. Tief. Birben. Ran. Hoch. Tief. Birben. Ha. Tap. Zwei Zeitsche. Ich nehme mal. K. Tap. Hoch. Tief. Und wir halten die Plank. Und gehen einmal tief auf den Bauch. Oberkörper hebt ab. Und die Beine heben ab. Oberschenkel rühren nicht mehr den Boden. Blick Richtung Boden. Halt sowieso das gerade. Zehn Sekunden noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Push-up nach oben. Komm. In den Squat. Und Richtung kommt es auf. Sehr gut. Das war das Warm-up, Leute. Jetzt geht es direkt los mit den vier Übungen. Okay, Leute. Wir starten mit der ersten Übung. Basic Step Squat. Ganz kurz zur Erklärung nochmal. Wir starten im Squat. Rechtes Bein geht überkreuzt zur Seite. Setzt den Fuß richtig schön auf. Geht ruhig Gewicht drauf. Arme öffnen. Hier geht's. Zurück. Step. Back. Step. Tief. Step. Tief. Sehr gut. Einmal lockern. Wir machen im ersten Intervall halbes Tempo zum Kennenlernen. Anschließend gehen wir jeden Beat, okay? Schön Tempo. Jeden Beat. Step. 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 Okay? Wenn das gut klappt, bauen wir noch ein Burpee ein. Dann machen wir Step. Squat. Step. Squat. Burpee. Warten. Halbes Tempo, aber keine Sorge, okay? Lockert einmal noch mal die Beine ausschütteln. In den Intervall-Pausen mache ich mit euch ein paar statische Kräftigungsübungen auf den Boden, okay? Auf geht's. Five, six, seven. Oh. Step. Tief. Basic Step. Squat. Step. Tief. Step. Arme mitnehmen. Tief. 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 Und wir halten, wir kommen vorne in die Plank. Unterarmstütz. Achtet drauf, die Schultern über den Handgelenken. Äh, die Schultern über den Ellbogen, sorry. Ganz entspannt halten. Wir kommen zurück. Jeden Beat. Six, seven, eight, seven. Tief. 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 Komm. Durchziehen, komm. Atme, komm. Nimm die Arme mit. Gleich geschafft. Letztes Mal. Und kommen wir nach vorne, auf den Bauch, Oberkörper abheben und halten. Als nächstes mit Burpee, okay? Kommt langsam hoch. Rechtes Bein. 5, 6, 7, 8. Step. Step. Good. Bad. Oh. Step. Step. Ready. Oh. Go. Come. Oh. 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 Das war auch schon unsere erste Übung. Wir gehen direkt weiter. Übung Nummer zwei. Two-Step-Push-Ups. Wir starten einmal in den Squat, Übergang in die Plank, rechtes Bein beginnt. Wir gehen ein halbes Tempo. Step, ran, isoliert runter, hoch, back, back, step, ran, tief und hoch. Desto mehr Gewicht ihr ob das hintere Bein gibt, desto leichter der Push-Up. Okay. Haltet. In den Intervallpausen machen wir kleine Übungen im Stand. Bisschen was für die Beine. Locker, locker. Handgelenke. Erzintervall, halbes Tempo, isoliert. Zweitsintervall, halbes Tempo, Push-Up sofort runter. Wenn das gut klappt, versuchen wir direkt jeden Beat, okay? Rech, 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 step, ran, tief und hoch. Komm, step, 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 ran, tief, hoch und back, back, step, ran, tief, hoch. Arme schön eng. Komm, tief, hoch, tief, hoch, gleich geschafft. Komm, und rech, knie hoch, bleibt in Bewegung. Jetzt bleiben wir nicht mehr isoliert, sondern gehen sofort runter, okay? Ihr macht kurz weiter. Heiß, hier geht's. Step, tief, okay? Halbes Tempo, step, tief, hoch. In die Plank kommen. Und step, tief, hoch, zurück. Step, tief, zurück, zurück. Step, tief, zurück, zurück. Sehr gut. Step, knapp. Step, on, step. Wenn ihr nicht mehr könnt, gar kein Problem. Ihr bleibt einfach oben. Ohne Brückgab, okay? Und Break. Einmal noch lockern. Knie hoch. Aufs Dauerübung. Als nächstes gehen wir direkt jeden Beat. Kommt langsam nach vorne. Denkt dran, ihr müsst nicht runter. Und step. Step, step, tief, tief, step. Wenn die Arme lahm machen, bleibt ihr oben. Kein Problem. Hauptsache, ihr zieht mit durch. Kommt. Für die, die den Push-Up machen, tief, 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 tief. Durchhalten, komm. Kommt. Sehr gut, Leute. Two-Step-Push-Ups. Drei-Karvall ist schon nicht ohne. Als nächstes. Happy Feet. Ganz kurz zur Erklärung. In den Squat. Weil es ein bisschen komisch ist, zwei Zellseiten zu stehen. Machen wir eine Zellseite den Sprung. Halten den Squat länger, okay? Okay, das heißt, wir gehen. Step. 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 Arme. Okay. Locker in Bewegung bleiben. Wenn das gut funktioniert, nehmen wir das nächste Mal schneller. Nächster Intervall. Jeden Beat. Nochmal kurz ins Squat. Und wir gehen tief. Jeder so tief er kommt. Tief durchatmen. Und wir rechnen uns auf. Jump. Jump. Step. Warten. Step. Warten. Ha. Oh. Komm. Warten. Oh. Zieh. Komm. Zieh. Sehr gut. Letztes Mal. Und wir kommen nach vorne. Knie ran. Komm. Zieht durch. Weitermachen. Als nächstes. Wir gehen direkt jeden Beat. Das heißt, Step. Tief. Step. Tief. Für die, die möchten, können auch immer noch Level Zero die erste Variante machen, okay? Five. Six. Seven. Und. Tief. 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 Komm. Durchhalten. Gleich geschafft. Dass die Beine brennen. Nicht nachlassen. Komm. Und Break. Und vor. Auf den Bauch legen. Arme hoch. Und bewegen. Durchhalten. Und wir kommen hoch. Nochmal. Jeden Beat. Wenn die Beine lahm machen, geht ihr nicht mehr ganz so tief. Okay? Aber sonst. Schön tief. Unsere letzte Beine übrigens, Leute. Komm. Gleich der Bissenshaft. Einmal die Beine lockern. Eine letzte Übung. Habe ich noch für euch. Salsa Love. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Kommt in die Plank. Schulter über Handgelenk. Beine 90 Grad. Rechtes Bein. Geht zur Seite. Drunter. Drunter. Nimmt das Becken schön mit. Deswegen heißt es Salsa Love. Zieh. Okay. Wer möchte, darf schon. Ein Arm nehmen. Sehr gut. Wir machen. Erstes Intervall. Halbes Tempo. Wir gehen immer. Wir gehen immer. Step. 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 Intervall. Nummer 2. Nehmen wir. Acht Zählzeiten. Wir sind immer auf 1 oben. Und auf 8 wechseln wir das Bein wieder nach oben. Okay? Intervall 1. Halbes Tempo. Komm. Step. 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 Sehr gut. Komm. Wer möchte? Ein Arm. Schulter über Handgelenk. Komm. Achtet drauf, dass eure Beine gebeugt sind. Das ist geschafft. Und Squat. Kommt, in den tiefen Squat halten. Achtung, gut aufpassen, mitzählen. Auf 1 gehen wir immer hoch und ziehen dann einen Achter lang den Step, okay? Auf geht's. Rechtes Bein beginnt. Und 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und Squat. 6, 7, und Squat. 5, 6, 7, und Squat. Und Squat. Letztes Mal. lockern in bewegung bleiben zum schluss salterlauf jeden beat damit schritte so auseinander genommen von den zeiten jetzt können wir auch direkt jeden bied nehmen achtung bereit machen rechtes bein letztes mal ein arm wenn ihr möchtet wem es zu anstrengend ist geht wieder halbes tempo ok zieht durch gleich geschafft sehr schön leute ihr seht ich bin auch gut am schwitzen ich hoffe ihr auch entspannt euch euer workout heute habt ihr erledigt nur noch cool da steht euch ganz entspannt auf öffnet die arme schultern sind tief zieht nach hinten brust raus wenn ihr möchtet schließt die augen lasst euch von mir anleiten und wir nehmen die arme nach oben ziehen am linken haben und gehen zur seite tief in die flanken einatmen kommt zurück arm wechseln tief in die flanke zurück arm lösen wir nehmen ein bein vor achtet drauf beide zehenspitzen nach vorne becken parallel ferse zieht hinten zum boden ihr bleibt so stehen hier bein ist gestreckt becken parallel füße parallel ferse zum boden ziehen wollen unsere baden wir stecken das bein und gehen zum fuß jeder soweit er kommt jeder soweit er kommt und beugen aufrichten zur mitte wir wechseln die seite wieder beide zehenspitzen nach vorne becken parallel ich hätte euch vor ihr habt hier so zwei taschenlampen der schein muss genau nach vorne sein ferse zieht zum boden sehr gut und wir strecken das bein gehen wieder so weit ihr kommt nach vorne bein bleibt gestreckt und richten uns langsam wieder auf komm zur mitte wir rollen ab wirbel für wirbel von der halswirbelsäule aus abwärts jeder in seinem tempo und lasst einfach kopf und schultern ganz entspannt hängen bewegt euch vielleicht ein bisschen lasst die schultern einfach locker und ihr geht einmal tief in den squat wie wir es gerade eben in der intervallpause hatten die handgelenke zusammen entspannt atmen langsam nach vorne hände aufsetzen ins bein durch jeder wandert an seinen beinen so weit es geht nach vorne jeder so weit er kommt und beine bleiben gestreckt entspannt in den schultern rücken gerade und halten atmen durch die nase ein und mit jeder ausatmung versucht ihr ein stückchen tiefer zu kommen und wir lösen setzt euch einmal in den schneidersitz und atmen zur seite wechseln die füße auf kommt langsam vor kin auf die brust und langsam wirbel für wirbel aufrollen jeder in seinem tempo kopf als letztes ok leute ihr habt es geschafft das workout für heute beendet ich hoffe das workout hat euch gefallen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag im raum bergisch gladbach und köln gebe ich auch kurse checkt darauf den kursfinder bei uns auf der homepage www.breakletics.de wir sehen uns nächstes mal bis dann ciao 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8